und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge assassin's creed valhalla ja ich bin in der zeit zu holf wie auch immer ausgesprungen wird gegangen und ich versuche jetzt mal mit ihm zu sprechen ohne dass mich die typen hier drum herum entdecken wie geht es deinen leuten seid ihr erholt und für alles bereit was diese nacht bringen mag gerhilds verrat war ein schlag kaum jemand war überrascht dass es dazu kam nur dass ihre finstere art zu einem so brutalen ende führte doch lassen wir das wir sind bereit was erwartest du von uns weckt die barbaren in euch okay ja auf mein zeichen keine ahnung wartet auf mein zeichen wenn ich mich es tritt nähere ist es soweit ich bin deine axt bald bricht die nacht herein dann ist es zeit zuzuschlagen so dann faken wir mal eine entführung ja wo ist sie denn sie läuft da hinten rum ich will jetzt ja komm geh erstmal ich weiß nämlich nicht ob ich jetzt hier schon entdeckt werden soll oder nicht so gleich ist es soweit leute oh jetzt ist sie da keine ahnung ich laufe jetzt einfach mal durch zurück ihr sächsischen hunde die herren von ist sechse gehört und ich werde entführt entführt wache 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 wir schaffen das wenn ich diesen sat schon wieder höre könnte ich schon wieder kotzen so nein was machst du denn hallo schlag ihn doch mal die helfen ja okay auch leute ganz ehrlich ich muss die was für zivile verluste der typ ist das ist nicht zivil junge hilf mir mal lang wird es nicht mehr dauern da los zurück ihr sächsischen hunde die herren von ist sechse gehört uns genau die gehört uns oh man jetzt hör mal auf mit dem kram hier und nimm die jetzt endlich mal ach ja ich kann ja genau jetzt fliegt die ja auch noch rum nehm ich mit komm könnt ihr mir jetzt mal rückendeckung geben gehäule kannst du kein kleines kind täuschen unhold genau oh leute nicht euer ernst jetzt oder nehmt mir doch mal jemand die leute hier ab ich soll hier durch weg da du triffst deine 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 ich weiß nicht wie sie heißt königin ist es ja nicht tana nee das war ja der andere bleib mal stehen bleibt mal stehen nein so doch nicht leute so geht das genau besser genau dann trotte jetzt mal schön den Berg hoch obwohl ich hier auch noch am am sprinten bin alles kein thema wir haben ja zeit kann sich nur noch um stunden handeln dank meines super schlauen reittieres auch würfchen könntest du die vielleicht mal oh wie aufregend mein erz rast sei froh dass es überhaupt noch schlägt dein geschrei hat uns die halbe stadtwache von colin kester auf den hals gehetzt ich wollte eine gute vorstellung abliefern mein vater sagte immer ich wäre eine gute schauspielerin auf jeden fall hast du hingabe gezeigt hat es dir nicht auch ein bisschen spaß gemacht eine prinzessin entführen doch das war schon aufregend eine frau kämpft tapfer gegen ihre entführer doch was werden sie jetzt mit mir tun ist meine tugend bei euch sicher sie ist nicht in gefahr wenn du das meinst komm schon du schlägst elfreds raufbold in die flucht aber die leckereien einer dame lassen sich erschaden wer weiß wer weiß aber sie hat ja schon ihre freunde ein und es ist vollbracht alles was jetzt noch zwischen mir und meiner heimat steht ist ein schmales band aus wellen und schaum gut gemacht sind du und deine leute bereit siegel zu setzen lokis fauchender sohn macht die gewässer zwischen unseren küsten gefährlich wir sollten ausruhen und auf günstigeres wetter warten passt gut auf euch auf selbst wenn bierstern soldaten nicht nach estrid suchen elfreds soldaten werden es jetzt ist nicht die zeit für solche sorgen heute wird gefeiert komm trink mit mit mir mhm ich dachte sie steht nur auf männer ich sollte bierstern finden sicher jagt er wieder ja das schätze ich allerdings auch ein auf und ab oh wir haben noch fertigkeitspunkte bekommen wann haben wir die denn bekommen mit einem kampf weil die letzten habe ich definitiv verteilt ähm dann würde ich sagen dass wir die gesundheit mal ein bisschen höher setzen und den fernkampf ein bisschen höher setzen und das ist außerhalb der stadt bei der jägers feste ja da würde ich sagen da reite ich auf jeden fall mal eben hin das geht glaube ich einfacher und vor allen dingen schneller und wir sehen uns dann gleich wieder so ich schätze mal er ist da hinten in dem lager ja bräuchte davon noch welche ne Entschuldigung bedrück dein herz nicht wahr parzival du sorgst dich nur um deine nächste mahlzeit wie ich dich beneide bierstern estrid meinte du wärst hier eivor grundgütiger du hast eros bogen gespannt und mich mit meiner wahren liebe vereint haben deine tane noch nicht gefragt wieso du nicht nach estrid suchst sie haben gefragt ja ich sagte es wäre hoffnungslos und legte mich weinend da nieder ein hübsches schauspiel das reicht vielleicht nicht nein der wind streicht uns sacht übers gesicht und ich bin fernab von den tratschenden türen colin casters lass uns jagen ei 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 oh wer bist du denn du knuffliger rottweiler ähm wer ist dann? möchtest du denn auch irgendwo hin oder sitzt du die ganze zeit nur da wenn du jagen willst und was genau jagen wir? einen eber ein majestätisches tier nicht wahr? mit wildem feuer flammenden augen und tödlichen hauern ich kannte einmal eine starke schildmaid die auf einem eber in die schlacht ritt sie nannte ihn borstenblitz wie wunderbar skurril deine geschichten sind wahrhaft hörenswert wir reiten nicht auf unseren ebern wir essen sie ein festmahl zu alfidas ehre ein festmahl für deine geliebte? birstern wenn diese täuschung auffliegt nimmt dir könig elfred deinen titel unser bündnis wäre wertlos sei unbesorgt ich werde diskret sein wir speisen nur mit ein paar freunden und angehörigen in meiner halle dort werden wir unsere freundschaft besiegeln schon so bald nach dem luchnasat? wird man mich nicht erkennen? nein du bist nur irgendeine dänin wer sollte sich bei all dem chaos an etwas anderes als die schreie der reizenden estrid erinnern? es sind deine lande ich vertraue deinem urteil wie geht es alfida? sie ist feurig wir haben unsere liebe aus jugendtagen neu entfacht selbst eluric ist eine willkommene ergänzung er ist mir ein jüngerer bruder und sohn zugleich ach ich werde ihm so vieles beibringen ja hier ist es hier jagt es sich am besten aha mitten auf der straße wieder zum wasser ja komm junge wo willst du hin? achso jage eber okay da hinten sehe ich schon mal einen die tafel füllt sich nicht von allein ja 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 da sind sogar zwei drei kannst du mal das ding vor meiner nase wegnehmen hier ah das ist zu weit weg oh das sind aber wirklich viele hier Hilfe äh allerdings eigentlich eigentlich alle recht weit weg komm die tafel füllt sich nicht von allein ja 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 ich weiß zwei haben wir schon mal oh nein kommt einer drei 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 da sind zwei nebeneinander hallo da sollte eigentlich noch einer laufen mhm bleibt doch mal stehen die tafel füllt sich nicht von allein mein bogenarm schmerzt wir waren recht gut ja ne finde ich auch ja komm red mit mir eine gute jagd birstern und genug für einen tag nehme ich an selbst meine tane werden nicht hungern und die sind gefräßig wie wölfe die auf meine leiche lauern dir mögen sie kummer bereiten doch mich haben sie unterhalten eine willkommene abwechslung nach all den kriegerischen jahls und schmutziger politik du hast uns frohsinn gebracht evo danke ich danke dir aus tiefstem von freude erfülltem herzen birstern der herzensjäger der seine wahre liebe im schwermütigen hafen seiner erinnerungen suchte und tatsächlich fand schön gesagt meine freundin wirklich schön komm parzival du glückloser hund kaum einen eber aufgeschreckt ich weiß gar nicht warum ich dich überhaupt behalte ja ich weiß auch nicht warum ich mit dir auf die jagd gehe wenn ich dann am ende doch alleine jage also das kann ich genau so sagen ja wir sollen die zwei treffen das ist aber noch hallo das ist mein eber und elurik ein weicher knabe mit dem entschlossenen herz seiner schwester dass sie sich so nahe stehen spricht für sie er sieht mich oft sonderbar an seine augen blicken verstohlen und bekümmert wie ein hund der die gärte des herren erwartet das bereitet mir wirklich sorgen kann ich zugleich ihm ein bruder und seiner schwester ein liebhaber sein gib ihm zeit bürstern er hatte seine schwester sein ganzes leben lang nur für sich ja ja aber sag mir evo bist du dem zauber meines vögleins erlegen ihr blick allein kann knie zum zittern bringen sprichst du von estrid sei nicht schüchtern das steht dir nicht bist du eifersüchtig bürstern nachdem du sie verstoßen hast natürlich nicht ich könnte nicht glücklicher sein ich frage mich nur wie es ihr ergeht ich will nur sagen wie froh ich bin dass sie nun eine neue möglichkeit hat ihr glück zu finden weiß gott bei mir fand sie es nicht doch das sind düstere gedanken und ich lasse nicht zu dass sie die oberhand gewinnen heute abend speisen und feiern ob die mir wirklich nichts tun wenn ich bei ihm bin okay anscheinend nicht die frage ist nur ob mich hier jemand wieder erkennt bleib hier bleib in meiner nähe ja das habe ich mir schon fast gedacht aber der kommt mir nicht hinterher so wie es aussieht immerhin etwas ja die sache mit den misstrauensgebieten ist nämlich oft etwas komplizierter ich habe aber eigentlich gedacht dass er jetzt ja ein bisschen mehr mit mir hallo dass er jetzt ein bisschen mehr mit mir reden würde und nicht jetzt nur am anfang sonst wäre ich hier natürlich komplett alleine hingelaufen aber gut der zeigt mir zumindest den weg das hat ja auch schon mal was für sich ich wollte gerade sagen müssen wir hier nicht rein heim und herd haben die seele nie so in aufruhr versetzt wie es die jagd tut doch nun da meine alfida hier ist ist alles anders ist sie denn noch da oder präsentiert er sie jetzt hier schon oder wie sie ist noch da okay ach bürstern du hast versprochen wir würden uns nie trennen nicht für einen einzigen wachen oder schlafenden moment und schon jetzt schleichst du dich davon zur jagd ha 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 zum wohle des festes meine liebe wir schulden unserer freundin viel und ich schwor diese schuld mit spanferkel und ale zu begleichen schwester hast du vergessen wo du bist ich habe ein recht darauf glücklich zu sein eluric oder soll ich auf ewig das kindermädchen spielen du undankbarer bengel glück ja aber du beschämst dich jede nacht wenn du bei diesem geilen bock liegst und schnaufst und schwitzt hüte deine zunge sonst kommt so manches ans licht was denn dass du zu diesem launenhaften mann zurückgekehrt bist der dich vor jahren für ein fränkisches liebchen versetzt hat dass er dann bei einem schlechten luchnaß hat schauspiel von dieser dänen entführen ließ sieh dich vor junge oder dass du dich von ihm begrabschen und ins bett führen lässt ohne eine gegenleistung ganz ist sechste tuschelt schon er ist noch verheiratet seine frau ist frisch entführt und du bist nicht mehr als seine seine ich schenke ihm einen sohn undankbarer sohn alfida ja bitte mein junge ich das werde ich dir nie vergeben niemals ups oh herr welch frohe kunde gond lächelt auf uns herab estrid wurde von elfrids männern gefunden sie sind unterwegs sie zu retten ich lasse nicht zu dass unser plan misslingt nichts ist dir gewiss bis sie im frankenreich weilt ich kümmere mich darum und eines tages werde ich dich rufen und du wirst kommen darauf kannst du dich verlassen oje oje ich wollte es dir sagen schon so oft still mein engel er hasst mich was habe ich getan ich soll das nicht ich soll das nicht machst du mir schöne augen herr du bist birst hans dänen glaube nicht deine taten wären unbemerkt geblieben sag mir nur eins ist estrid sicher und glücklich sie ist glücklich mehr weiß ich nicht gut nun geh und sollten wir uns wiedersehen wirst du durch mein schwert fallen ok ja immerhin wissen alle hier bescheid das hat ja auch für sich oder auch nicht ich weiß nicht wo müssen wir denn eigentlich hin müssen wir raus aus der stadt natürlich müssen wir raus aus der stadt warum bin ich denn immer noch hier in dieser stadt unterwegs also ich werde mal eben schnell hinreisen und hole euch dann gleich wieder hinzu bitte mein schatz du musst mir verzeihen ich kann nicht schlafen nicht essen mit wem sprichst du hier ist niemand jetzt sind wir auf ewig beisammen frau du weißt nicht von meiner seite flüsterst mir ins ohr wie ein mottenflügel wo kommt das wehklagen her es ist als würden die wände vor angst schreien dieser mann wird von einer missetat heimgesucht ich will jetzt dann du weißt du weißt du weißt du weißt Du! Du hast auf die Fäden gepustet und sie sind zerrissen! Sie ist weg! Staub und Knochen! Staub und Knochen! Du hast etwas Unverzeihliches getan. Ich rieche die Schuld hinter dem Verwesungsgeruch. Nein! Nein! Er hat seine Liebste ermordet. Kein Wunder, dass ihm die Schuld den Verstand raubt. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir ihn finden. Wahrscheinlich irgendwo im Haus, oder? Nee, doch nicht. Sprich mit mir! Rolf! Elfrids Männer sind auf dem Weg! Was? Wie kann das sein? Lock, bleib bei Estrid. Schütze sie mit deinem Leben. Ohne sie ist alles verloren für Birstan und uns. Komm, Herren! Sie dürfen dich auf keinen Fall zurückbringen! Rosi! Rock! Bei Odin! Nein! Gebt die Frau heraus, Dänen! Wenn sie unverletzt ist, lassen wir euch vielleicht drehen! Da kommt die Dreckskerne! Da kommt die Dreckskerne! Schützt die Äste! Drum verteid ich das Schiff! Komm schon! Moment, hab ich die jetzt nicht getötet hinten, oder wie? Hallo, du solltest stampfen! Halt dich doch nicht immer mit dem Gleichen auf, hier! Ja! Äh, das ist geil! Ich bin hier so viele am töten und trotzdem zählt er das irgendwie nicht! Na ja, jetzt hab ich doch bis zur Hälfte schon mal! Was war denn das jetzt gerade? Was war denn das jetzt gerade? Wieso funktioniert das nicht mit dem Waffewerk? Mann, ich wollte den Mann ja gerade aufheben! Du wirst mich hier ganz schön im Nerven nehmen! Hallo, darf ich den mal aufheben? Hallo! Ey, ist das euer Ernst? Ich hab den Kerl gerade aufgehoben! Wie liegt der denn jetzt schon wieder? Junge! Was ist los mit dir? Ja, schleudern den jetzt am besten noch weiter von mir weg hier! So, haben wir jetzt alle! Mann! Geht ja mal gar nicht hier! Ja, das bin ich! Ich versprach dich aus deinem Leben in Westsexe zu befreien! Das Land der Franken erwartet dich! Geh mit Ägiers Segen! Du wirst mir fehlen, Eivor! Ist der Winter vorüber, folgt der Sommer! Und wird dich in ein Kleid aus Blumen hüllen! Denn du bist die Schönheit und sollst nicht vergehen! Göttin Freya! Gib mir mehr davon! Komm! Pass gut auf sie auf, tapferer Rolf! Sollte es euch erneut nach Englerland verschlagen, erwarte ich euch in meiner Halle! Gut! Sie sind sicher! Ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten! Estrid reist ins Frankenland! Ich sollte zur Randwied zurückkehren! Ja, das sollten wir! Allerdings möchte ich vorher mal kurz was Proviant sammeln! Ist hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ne, sieht nicht so aus, ne? Okay! Ja, wunderbar! Dann schalte ich nochmal eben schnell die zwei Pünktchen ein! Feuerwiderstand ist natürlich auch nicht schlecht! Nehmen wir dann auch direkt mal mit! Ähm, die Gesundheit hätte ich gerne! Dann müssen wir den Weg des Wolfes zwischendurch noch machen! Ja, ähm, ich werde mal schnell per Schnellreise nach Hause reisen! Und wir sehen uns dann gleich dort wieder! So, da sind wir jetzt! Dann brauchen wir nur noch Randwied zu finden! Beziehungsweise wir wissen ja eigentlich immer, wo sie ist! Und uns darüber zu freuen, dass wir ein neues Bündnis haben! In Eastsexe war ich Kupplerin und Herzensbrecherin! Ein einfacher Weg, ein Bündnis zu schmieden! Aber bleiben wir besser bei Kriegen und Verhandlungen! Verstanden! Danke dir, Eivor! Aber hallo! Hier so geht das aber natürlich nicht, ne? Wir können jetzt nicht einfach hier mit ihr sprechen! Äh, und ihr sagen, wir sind hier Herzensbrecher! Da müssen wir sie auch küssen! So, ja! Ich würde sagen, ähm, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen! Und dass wir uns dann in der nächsten Folge um das nächste Bündnis kümmern! Ähm, drei an der Zahl, glaube ich, haben wir noch! Das eine ist ja noch die Sache, die ich am Ende machen wollte! In, ähm, Südsexe war das, glaube ich! Ähm, wo wir dann unseren Bruder hinterher hechten! Und, ja! Die anderen beiden Sachen bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf! Was da noch für eine Geschichte hinter sein wird! Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge! Bis dann! Ciao! Ciao!